Ja, es gibt schon wahnsinnig viel in der Wikipedia. Ich bin selbst auch immer wieder überrascht, was es schon alles gibt. Aber es gibt auch noch unendlich viel, was man beschreiben könnte. Ich bin zum Beispiel vom Haus aus Biologe und allein an Tier- und Pflanzenarten, die in der Literatur beschweben sind, aber noch keinen Wikipedia-Artikel auf Deutsch haben, gibt es noch Millionen zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch immer wieder ganz neue Themen, weil neue Menschen ins Rampenlicht treten, neue Ereignisse auftreten. Es gibt immer noch Berge, Flüsse, sogar Millionen Städte in China, die noch keinen Artikel haben. Man muss nur den Themenbereich finden, den einen interessiert, und da ein bisschen rumschauen. Es gibt ganz, 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 ganz viel nicht in Wikipedia. Aus dem Bereich Film gibt es ganz viele Filme, die jetzt nicht dem super Mainstream entsprechen, nicht. Also da war ich auch sehr erstaunt. Da gibt es noch viel zu machen. Auch im Bereich der Literatur gibt es einiges. Personen sowieso, weibliche Personen gibt es durchaus noch welche, die jetzt den Relevanzkriterien entsprechen würden und wo es noch keine Artikel gibt. Also es gibt wirklich noch viel zu tun.